Kommen Sie am Ostermontag, den 10. April, nach Forchdorf. Am Autofrühling werden die Herzen bei den neuesten Modellen höher schlagen. Die blühende Wirtschaft, eine starke Leistungsschau der regionalen Betriebe, wird Sie begeistern. Informieren Sie sich zum Thema Familie, Heim und Garten. Und am Kirtag kommen Sie mit Zuckerwatte, Ringelspiel, Eis und Langosch auch auf Ihre Kosten. Ostermontag, 10. April in Forchdorf.